Schalke suspendiert Dominik Drexler und wisst ihr auch warum? Was der Grund dafür ist? Und zwar hat Dominik Drexler einfach eine Schokomilch in der Hannover 96 Kabine gegen die Wand geworfen, weil er einfach frustriert war und deswegen wurde er jetzt suspendiert und darf nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren und ist jetzt dementsprechend in die zweite Mannschaft versetzt worden. Das müsst ihr euch mal überlegen. Er hat einfach nur einen fucking Schokodrink gegen die Wand geworfen und wird jetzt einfach suspendiert von den Bossen. Wahnsinn, oder? Also da gibt es echt schlimmere Sachen, um dafür dann auch suspendiert zu werden. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit Drexler jetzt auf Schalke eingesetzt wird in den Spielen, aber es ist schon echt lächerlich, dass man dafür suspendiert wird. Das ist wirklich hart.